Das hier sind die besten Handy-Tarife im Februar 2023 für dich. Wenn dich das interessiert, bleib besser dran und ich würde mal sagen, los geht's! Ja, wir sind heute mal richtig, richtig früh dran und wir haben tatsächlich ein paar interessante Sachen im SIM-Bereich. Auch wieder einen guten Mix mit Bundle-Handy-Tarifen. Und ich würde mal sagen, bevor ich jetzt hier zu viel rumquatsche, steigen wir direkt mal ein. Hier haben wir gerade diesen Tarif hier, nämlich SIM-On-Mobile, werden wahrscheinlich schon viele Leute kennen. Ein Tarif, der monatlich kündbar ist, Tarif, der keine Anschlussgebühr hat und der einfach wirklich ein ganz, ganz solides Paket ist im Vodafone-Netz. Und die haben gerade hier ein sehr schönes Angebot. Man bekommt für 8,99 Euro 10 GB im Vodafone-Netz mit natürlich einer All-Net-Flat mit dabei. Das ist jetzt im Grunde eigentlich ganz normal. Was man jetzt aber mit hinzukriegt, ist ein Wunsch-Gutschein. Der Wunsch-Gutschein ist so ein Multi-Gutschein, den man für alles Mögliche rein einsetzen kann. Und da bekommt man 20 Euro und dafür müsst ihr einfach nur Wunsch 20 eingeben, solange der Vorrat reicht. Das heißt, wenn ihr jetzt vielleicht irgendwie erstmal eure Rufnummer irgendwo parken wollt oder ihr braucht gar nicht so viel Datenvolumen. Das ist auf jeden Fall immer so ein Go-To-Handy-Tarif, weil ihr hier einfach total flexibel seid. Ihr könnt jederzeit aussteigen, könnt jederzeit wechseln. Ihr habt keine Anschlussgebühr. Ihr habt ein absolut solides Gesamtpaket. Also ist auf jeden Fall für so einen Durchschnitts-User absolut empfehlenswert. Außerdem gibt es auch wieder ein Unlimited-Tarif im O2-Netz im Angebot. Und zwar ist das hier der Freenet O2 Free Unlimited Smart für 14,99 Euro. Das Ganze ist monatlich kündbar. Ihr müsst trotzdem auf ein, zwei Sachen achten. Einerseits ist die Anschlussgebühr relativ hoch mit 39,99 Euro. Und eure Download-Geschwindigkeit ist auf 10 M-Bits reduziert. Das heißt, es ist nicht besonders schnell. Auch noch im O2-Netz, das ja echt generell auch nicht so gut ausgebaut ist auf dem Land. Und dafür habt ihr halt einen Tarif für 14,99 Euro, wo ihr wirklich so viel surfen könnt, wie ihr wollt. Wollt, wie ihr könnt. Ja, auf jeden Fall an sich schon ein interessantes Angebot. Vielleicht nicht für jeden was. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Stadt wohnt und ihr seid viel am Surfen, müsst ihr jetzt aber keine großen Datenpakete runterladen, weil ihr jetzt vielleicht irgendwie super viel auf YouTube unterwegs seid und Spotify und was weiß ich, dann kann das super, super interessant sein. Ihr dürft halt nicht irgendwie davon ausgehen, dass ihr jetzt wirklich das beste Internet aller Zeiten habt. Aber dafür dann davon unendlich viel. Wir haben genau zu diesen Tarifen damals mal ein Video gemacht vor ein paar Jahren. Das ist auch immer noch aktuell. Könnt ihr hier im i euch mal anschauen. Ja, da haben wir das mal getestet. Wie ist das denn, wenn man jetzt YouTube-Videos sehen will oder Spotify oder Sachen runterladen möchte. Und der Smart, also dieser mittlere Tarif mit den 10 M-Bits, der ist schon durchaus okay. Damit kann man schon was machen, ohne dass man jetzt irgendwie eingeschränkt ist. Aber wie gesagt, man braucht bei manchen Sachen immer so ein bisschen Geduld. Aber in Zweifel 2 gibt es dafür ja sowas wie Hotspots. Und natürlich haben wir auch einen Tarif für die Telekom-Netz-User, für die Leute, die halt so das derzeit beste Netz haben möchten von Kongstar. Das Ganze nennt sich Kongstar Allnet Flat L. Hier bekommt ihr 32 GB für 22,42 Euro im Monat. Das Ganze funktioniert jeweils über einen Gutschein-Code. Es gibt einmal eine 24-Monate-Laufzeit-Variante. Da habt ihr diesen Code hier, 110-Allnet-DD. Und dann habt ihr hier nochmal einen Gutschein-Code, wo ihr 100 Euro kriegt, wenn ihr die monatliche Variante habt. Dann habt ihr hier 100-Allnet-Flat-DD. Also wie ihr hier das seht, könnt ihr einfach mal abschreiben oder einfach mal hier im I abchecken. Und das Interessante ist bei diesem Tarif hier, dass jedes Jahr 5 GB dazukommen. Das heißt, es lohnt sich theoretisch ein bisschen länger mit dran zu bleiben. Ich würde trotzdem vergleichen, weil ich finde, der Tarif ist schon nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht der absolute Knaller. Allerdings hat man hier noch Bereitstellungskosten. Wenn ihr jetzt monatlich kündigen wollt, dann kostet das 35 Euro bei 24 Monate gar Laufzeit. Bezahlt ihr 15 Euro, ihr habt hier 50 M-Bits Download-Geschwindigkeit. An sich wirklich ein super solider Tarif für Leute, die jetzt einfach ein gutes Netz haben wollen, nicht so viel zahlen wollen mit super viel Datenvolumen. Die können sich hier drauf stürzen und werden nicht enttäuscht werden. Und für die Apple-Jünger gibt es auch gerade hier einen schönen Tarif wieder mal bei Mediamarkt. Die sind ja ein bisschen dafür bekannt, dass man halt wirklich gute Bundles kriegt. So, und hier haben wir einmal zum Beispiel das iPhone 13 mit 128 GB für eine einmalige Zahlung von 129 Euro. Ihr bekommt dazu 15 GB LTE und bezahlt monatlich 29,99 Euro. Das Ganze ist übrigens im Vodafone-Netz. Wir haben das wieder mal natürlich hier so ein bisschen runtergerechnet. Wir haben mal den Gerätewert genommen, dann den Wechselbonus mit eingerechnet, natürlich die Anzahlung und so weiter und so fort. Effektiv würdet ihr jetzt hier 3,53 Euro für den Tarif zahlen mit dem 15 GB im Vodafone-Netz. Wenn man jetzt stattdessen quasi das iPhone so kaufen würde. Alternativ gibt es da nochmal eine Variante, die jetzt, sagen wir mal, gerade vom Effektivpreis nicht ganz so stark ist. Mit dem Apple-iPhone 14. Klar, wenn die Geräte neu auf den Markt kommen, ist es immer übertrieben teuer. Hier gibt es gerade diese 39 GB LTE für 44,99 Euro. Finde ich ein bisschen krass, aber gut. Also wenn ihr jetzt unbedingt das allerneueste Gerät haben wollt, müsst ihr halt so ein bisschen dann auch euer Portemonnaie ausschütten. Wer jetzt keinen Bock hat auf Apple, könnte zum Beispiel auch hier einsteigen. Auch beim Mediamarkt gibt es gerade Samsung Galaxy S21 FE für eine Einmalzahlung von 49 Euro. Und dann hat 14 GB LTE für 29,99 Euro. Auch wieder hier im Telekom-Netz sogar. Gar nicht wohl davon, sogar im Telekom-Netz hier. Das heißt, so ein bisschen besseres Netz. Was hier denn nochmal interessant ist, man bekommt zusätzlich sogar nochmal eine Xbox Series S mit oben drauf. Die kosten gerade 254 Euro. Also wirklich schon nicht verkehrt. Dafür ist der Handywert halt ein bisschen niedriger als jetzt beim iPhone. Hier, Handywert liegt bei 479 Euro. Man bekommt hier einen Wechselbonus von 50 Euro. Man hat hier aber wirklich den Effektivpreis ähnlich wie beim iPhone 13. Hier bezahlt man effektiv 3,16 Euro für den Tarif. Ein sehr interessantes Ding, muss man wirklich sagen. Also gerade mit einer Xbox kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Also wer Interesse hat daran, geht gerne mal aufs i, checkt das gerne mal ab. Wenn jetzt in diesem Video für dich nichts mit dabei war, dann checkt mal hier diese Liste hier ab. Das hier ist die besten Liste, die 30 besten Handy-Tarife des Monats. Und hier sind wirklich jede Menge Handy-Tarife drin. Mein Tipp, checkt gerne mal hier die Sterne aus. Also die ganzen Tarife mit Sternchen sind die besonders guten. Und davon haben wir jetzt tatsächlich gerade auch einige. Also checkt das gerne mal aus. Stübert mal ein bisschen. Diese Liste wird die ganze Zeit aktualisiert. Das heißt, wenn ihr, egal wann ihr dieses Video hier seht, selbst wenn ihr im Jahr 2030 seid, wird diese Liste hier, die ich jetzt hier zeige, aktualisiert sein. Und da werdet ihr auf jeden Fall was finden. Ja Freunde, ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Wenn ja, gerne einen Daumen hinterlassen und gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns Freunde und tschüss.